Die Staatskanzlei und das Ministerium für Kultur meldet das Schiffshebewerk Rotensee als Kandidat für die neue deutsche UNESCO-Vorschlagsliste. Jedes Denkmal, das den Status eines UNESCO-Welterbes erringen will, muss zunächst einen Platz auf der deutschen Vorschlagsliste erringen. Die Kultusministerkonferenz stellt diese derzeit zusammen. Jedes Bundesland kann bis zu zwei Kulturdenkmale für die deutsche Vorschlagsliste benennen. Eine Expertenkommission prüft diese auf ihre Erfolgsaussichten hin. Der zweite Vorschlagskandidat ist das Präziner Wehr. Staats- und Kulturminister Rainer Roba betont, dass das Hebewerk Rotensee für die Magdeburger mit ihrer großen Tradition als Industriestadt ein Ausdruck von Stolz und Können dieser Region ist. Es steht weithin sichtbar für eine besondere ingenieurtechnische Meisterleistung, so der Minister. Magdeburgs Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper ergänzt, dass das Schiffshilbewerk Magdeburg-Rotensee beispielhaft dafür steht, wie viele Bürger bewegen können. Schließlich ist es ihrem Arrangement zu verdanken, dass dieses historische Wahrzeichen der Landeshauptstadt nach jahrelangem Stillstand 2013 wieder in Betrieb genommen werden konnte. Dass das Rotenseeer Schiffshilbewerk im 83. Jahr seines Bestehens die Chance erhält, sich um den Titel UNESCO-Weltkulturerbe zu bewerben, erfüllt mich und alle Magdeburgerinnen und Magdeburger mit viel Freude und großem Stolz, so der Oberbürgermeister. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe begrüßt im Vorschlag des Landes Sachsen-Anhalt, das einzigartige technische Denkmal in die UNESCO-Weltkulturerbe-Liste aufzunehmen. Sachsen-Anhalt verfügt über fünf Städten des Erbes der Menschheit, der UNESCO. Das Bauhaus, die Welterbestadt Quedlenburg, die Luther-Gedenkstätten, das Gartenreich Dessau-Würlitz und der Naumburger Dom. Um Welterbe zu werden, muss ein Denkmal einen außergewöhnlichen universellen Wert aufweisen. Dieser kann sich nach den Bestimmungen der UNESCO zum Beispiel daraus ergeben, dass ein Denkmal einen bedeutenden Schnittpunkt für die Entwicklung der Architektur oder Technik aufzeigt. Es kann aber auch ein hervorragendes Beispiel eines Typus von technologischen Ensembles darstellen, der einen bedeutsamen Abschnitt der Menschheitsgeschichte versinnbildlicht. Beide Kandidatenvorschläge aus Sachsen-Anhalt vereinen diesen Anspruch auf sich. Das Schiffshebewerk Rotensee ist das einzige noch in Nutzung befindliche Auftriebs- bzw. Schwimmerhebewerk weltweit. Das seit mehr als 80 Jahren. Das Präziner Wehr war eine technische Pionierleistung des Wasserbaus mit Vorbildwirkung für eine Vielzahl weiterer Wehre in ganz Europa. Das sowohl hinsichtlich der Gestaltung als auch mit Blick auf die Ingenieurleistung. Es war zu seiner Bauzeit das größte Schützenwehr in Europa. Weltweit ist es das einzige mit einer Nutzungskontinuität seit bald 150 Jahren.